Musik Die ZWACO VSM beschäftigt sich unter anderem mit der Errichtung von verkehrstechnischen Anlagen. Darunter verstehe ich Ampelanlagen, Verkehrseinführungsanlagen auf Autobahnen zum Beispiel. In diesem Bereich suchen wir klassischerweise Elektromonteure, ausgebildete Elektriker, Feldmeldemonteure und Elektrohelfer. Dabei geht es darum, Signalgeber zu montieren, anzuschließen, Wechselverkehrszeichen auf Autobahnen zu montieren, anzuschließen, die Kabelverlegung, die Errichtung von Steuerschränken und die verlegten Kabel dort natürlich entsprechend der Schaltenunterlagen aufzulegen. Musik Mir bringt es Spaß. Ich bin hier ein neuer Kollege, frisch angefangen. Die Kollegen sind sehr, sehr nett. Die Kommunikation ist sehr gut und man kriegt auch sehr schnell die Probleme gelöst, falls welche auftreten. Schöne Bezahlung, gutes Geld. Das Vakuum ist ein sehr guter Arbeitgeber. Musik Das Vakuum ist ein sehr guter Arbeitgeber. Das Vakuum ist ein sehr guter Arbeitgeber.